La 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 la. Was machst du da? Ach du hast mich erschreckt. Entschuldigung Herr Vogelmann. Ich liebe die schöne Natur, den Mond, die Sterne und die schöne Luft. Wir haben doch jetzt die Maschine. Ach ich mag diese Elektronik nicht. Es könnte irgendwo brennen. Meine Ex-Frau Mrs. Norris ist jetzt mit einer Maschine zusammen. Verrückte Welt. Ich gehe jetzt schlafen. La 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 la. Die Nacht war zu Ende. Was ist da los? Ta. Tü. Ta. 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 Tü. Ta. 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 Tü. Ta. Tü. Ta. Tü. Ta. Tü. Es hat sich herausgestellt, dass die Maschine verstopft war. Und dann ist sie explodiert. Darum waren die Maschinen verboten. Musik